was zocken zocken diese Morty Resistant Demo krass mit 4 Stimmen und 34% ich find's immer krass wie 3000 Leute zu schauen aber nur 500 abstimmen komm mal gucken wie lang die Demo geht vielleicht kriegen wir auch alles 3 heute hin jetzt sind wir wieder auf Kurs ich bin abgerutscht mit dem Let's go oder schauen wir uns das mal an was The Morty Resistant also wie gesagt ich hab schon mal vor nem weiß nicht vor ein paar Monaten vor einem halben Jahr hab ich die Demo schon mal gespielt bisschen laut und anscheinend wurde diese Demo erweitert also das hab ich nicht gespielt braucht ihr Untertitel oder so? gibts ihr Untertitel warte einen Moment ich habe noch eine Anruhe hallo? hey Rebecca es ist Raymond oh hi Mr. Delver oh look if I did anything wrong today just no no I wanted to apologize you've done a fantastic job I'm just not feeling too well that's actually why I'm calling I know it's late but we just got three new Kadavers and no one else can make it in right now wie hieß das Spiel vor ein paar Wochen bei dem der Ablauf richtig gemacht ah Sherlock Holmes Sherlock Holmes also ich nehme ok das ist mein Boss der sagt kannst du kommen wir haben drei Kadaver drei Leichen rumliegen kannst du bitte alright also das ist tatsächlich eine erweiterte Demo alright los geht's das ist ein netter Anfang hier regnet 80er Jahre Musik spielt habe ich das Gefühl warte mal ganz kurz was ist überhaupt Horror? ja ich ja es soll Horror sein Death and Decay a book covering the process and signs of decomposition das muss doch ein interessantes Buch sein also es ist ein Buch über Tod und was Verwesung ne this is a book about death and decay ja das hast du vorhin schon gesagt I I deep look was ist denn das für ein Englisch I deep look into the process well I deep look into the process that happen after we die the pages in this book are not for the feind of heart but it is the honest and blunt truth about what happened to our organic matter after the heart stops booktown company I deep look okay ey wie die das erste was ich mich immer frage ist äh wie gehe ich in die Hocke ah mit String ja ich weiß ich sag String so ich zöger nicht die Horror Elemente hinaus Leute geh rein da nein nein ich ich bewundere habe ich oft gesagt an Computerspielen mag ich am liebsten das Worldbuilding sprich in welche Welt wirst du jetzt hineingestoßen in welche Simulation und da möchte ich einfach wissen kann ich springen ne ich wollte gerade auf die Couch springen ich möchte einfach wissen was sich die Designer so dabei gedacht haben hm was für Bücher da sind naja wir wollen dass du dich erschreckst ja ja sehr gut ich will die Handtücher okay ich kann die Handtücher nicht nehmen the nicest people are dead alter ziemlich morbide die Geschichte hier music band shirt okay ich habe wirklich gedacht hier kommt schon der erste Jumpscare habt ihr das auch gedacht okay guck mal die Glotze kannst du nicht mal anmachen so schlecht ist das Fernsehen gerade oh ich sehe aber ne das ist meine Mutter ah das ist Grandma jetzt sehe ich sie okay sie ist bestimmt hier irgendwie sie hat irgendwie was damit zu tun ich bin mir sicher ich werde sie jetzt äh äh sezieren äh beobachten müssen und dann äh ja und sie steckt hinter allem das ist immer am Anfang von Film so so wie bei äh Squid Game oder nein ich will nicht spoilern Vorsicht wer es noch nicht gesehen hat ist selber schuld okay komm wir machen uns Toast kann ich in die Hocke gehen ah nein 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 ich habe das Gefühl gleich kommt ein Jumpscare pass auf ne einfach so ein Kopf einfach so ein Kopf da drin in der Schublade so ganz Frostmold Moda hier ist Parfrenkli fürs für das Übertüritz Kaffee in der Schweiz ja merci vielmals reicht der Feuerwehr aber nicht aus ja kommt auf das Kaffee an äh ach so aha das ist auch neu in dem Spiel das hatten wir in der Demo auch nicht gehabt oh jetzt bin ich mal oh ich habe eine Idee pass auf Leute ich bin gespannt ob das geht das wäre richtig cool da alles klar ne geht nicht doch nicht so wie ich dachte warte hier so muss ja alles in Ordnung haben Kaffee lege ich immer zu den T-Shirts weil ich könnte einer von den Ehrlich Brothers sein wo ist der Kaffee Oberhausen Arena kann man sich einen Kaffee machen ne ne hey nachteule 30 vielen Dank für die 10 Giftsabs dankeschön nachteule check den Kaffee in die Mikrowelle ey wenn das geht dann war das Backseat Gaming ne es geht nicht das heißt du hast auch keine Ahnung okay warte probier's aus boah jetzt hab ich mich mit so viel Schwung gedreht dass ich selber nicht weiß wo ich das Ding hin man ich wollte das Ding durchs Fenster schmeißen okay ah heiser ach egal ich treff das Fenster nicht boah ich bin erschrocken ah ist mein eigener fucking Schatten gewesen man aber ich muss sagen ich hab einen knackigen Hintern guck mal wow ich muss sagen ich bin ein hübscher Mortuary Assistant äh Demo äh Tante ah keys to the apartment car and the front door moffbombs cereal it's insanely sweet bombs you can eat this product contains chemicals known in every state to cause different minds of was bowel obstructions eventually resulting in death es ist so morbide das Spiel es ist überall death alter ich ich will mir oh god oku's cereal oku's cereal it supposedly doesn't have bees in it but they keep putting it on the box that it's got bees in it oku's the cereal that does not have bees in it long ago Donald das finde ich aber lustig hatched one simple idea what if bees were in cereal an idea that would not be accepted today didn't stop him from innovation not long after oku's were born with the original recipe of mashed bees and the well-known slogan it's got bees in it after multiple recalls spanning multiple decades the oku-o formula has been adjusted to fit our changing times we are proud to say that oku's certainly does not contain bees however we hold on to our founding slogan to remind us of a rich past oh schon wieder verschwunden schon wieder an ehrlich brothers move na ah ne ich hab's wieder zurückgestellt ja guck mal ich bin ordentlicher als ich luna bits our goal is to make the most wholesome cereal just like grandma used to make 400 years ago we harvest the fallen leaves of oak trees deep in the fallen months and dry them by hand nice schöne kleine details jetzt ist aber eine Leiche 100% ist dann ein Kopf da drin nee doch oh guck mal hier guck mal oh guck mal also so schön geht noch nicht mal Paul Panzer in die Hocke hm ich find mich irgendwie sehr attraktiv in diesem Spiel muss ich sagen aber ich kann nichts nee doch ich frag mich wirklich das scheint für das Spiel keine Rolle zu spielen aber just for fun machen das die Designer da rein find ich echt nice sogar Nutrition Facts irgend so ein Vogel hat sich das überlegt und sagt ich bastel dir Nutrition Facts für Wolfies lustig oder ok Leute das ist ein Horrorspiel und kein fucking Studentenbudensimulator ich hab grad wirklich gedacht ich wär in dem Spiel A Dead of Night erinnert ihr euch noch ich wollte gerade durchs Guckloch gucken und schauen ob ich in die Toilette kann was ist das das hab ich da hingeschmissen ne verpiss dich so Leute hab ich alles was ich hab deine Keys doch hier aha also das ist schon ey ich hab doch die Keys aufgesammelt oder hab ich die gedroppt hä ich hab die Keys doch aufgesammelt Leute oder hab ich die wieder weg man ich komm doch nicht mal aus meinem fucking Apartment raus ist wieder typisch Kaya Mann es ist so einfach nimm die Keys und geh raus wo hab ich die denn jetzt gedroppt das kann doch nicht sein ich hab die doch vorhin könnt ihr das könnt ihr zurückspulen ich hab doch die Keys aufgenommen oder wieso hab ich meine Keys nicht quick you can attempt to use items at any time and choose the item you wish to use most but not all places where items can be used because was die hä hat labert die Tante da rechte Maustaste ja komm durcheinander ey Leute wisst ihr wo meine ich hab die doch vorhin aufgesammelt das waren die falschen Schlüssel was wirklich nein da waren drei Schlüssel dran da stand Apartment Auto und noch was ok es fängt ok gut dann nein aber warum hab ich denn die falschen Schlüssel nicht im Inventory das verstehe ich nicht oh man kann übrigens rennen guck mal ich kann rennen ey ich kapier das Spiel nicht ich hab die Schlüssel aufgenommen und sie sollten eigentlich hier sein und ich wüsste nicht wo noch andere Schlüssel sind aber was war nochmal die Flashlight da stand irgendwas Sekunde F hab ich eine ne hab ich nicht warum sind die da draus das waren die Keys Leute ich bin nicht ich glaub wir haben Death Left Book haben wir gefunden oder genau die Schlüssel waren doch auf dem Kühlschrank ja hab ich nicht da hingeworfen jetzt nimm die doch mal das Spiel will mich verarschen oder da guck ich besser nochmal oder ok jetzt sind die Keys auch da jumpscare incoming boah ist dunkel hier also ich muss sagen die Demo wurde ja brutalst erweitert achso ich bin schon achso ich dachte ich dachte ich wohne da und ich müsste jetzt da hinfahren aber jetzt bin ich an der Arbeit angekommen seht ihr irgendwas ich seh nichts erinnere mich ein bisschen an Outlast also hier ist das Tor wie bei Outlast oder würde mich jetzt nicht wundern wenn der Wallreader Wallreader ok da ich ja Pro Gamer bin checke ich erstmal die Lage und später am Tage da checke ich uah alter hab ich mich erschrocken what the fuck is this was ist denn hier los ok es ist immer noch ne Demo wie gesagt kann sie nicht zu sehr aufregen ich seh nichts habt ihr nicht die Türen grad gesehen oder diese komischen aha Achtung Jumpscare ich glaube das ist die das ist der Flur von der Demo oder also wenn ich bald ein Jumpscare komme gebe ich das Spiel zurück ah ne ist kostenlos Demo ne boah ich seh nichts ist das ein Witz das sollte der Weg gewesen sein im Ernst ah ich komm nicht durch die Vordertür rein wie witzig ist das denn ja ok dann geh doch rein ja was brauchst du denn Clipboard ja ok aber wie ok anscheinend kommt man nicht hier rein boah ich seh nichts Leute ich tappe komplett im Dunkeln ich bin mal wieder lost boah seht ihr was ah hier sind wir wieder dunkel war es der Mond schien helle Damscare immer noch nicht ok man braucht doch einen um durch das Fenster zu kommen ist doch logisch Kaya ja hallo der Eiermann ist da komm wir machen wieder zu damit uns von hinten wann kommen denn die ersten Jumpscares also wenn ich in die Hocke gehe kann ich mich hier übrigens nicht bewegen nur mal so zur Info ich will dich jetzt kaputt machen vielleicht soll ich mit dem Ding den ersten Zombie schon weg prügeln ok geht nicht ok man kann nichts aufmachen what to expect after death das ist so ein morbides Spiel oder ja gut what do you expect from a Mr. Businesscast sorry scheiß Kappstaste was passiert als ein totgeschossener Hase auf dem Sandberg schlittschuhlief als ein Hase achso ihr seid in diesem achso äh ah dunkel war es der Mond schien helle als ein was totgeschossener Hase schlittschuhlief ich muss den mit E aufnehmen wie umständlich ist das der Wert you can attempt to use items at any time access quick inventory and choose the item you wish to use mit der rechten Maustaste I get it ok ja ich ich will diese Glühbirn was ist das was ist nur die Faser äh was ist denn das kann ich das nicht ich doch a fuse ja dann weiß ich genau was als nächstes passiert die Sicherung wird rausfliegen ok dann haben wir schon mal die ähm alter ich hab schon lang kein Horror mehr gespielt man ich bin nicht in Form so du siehst ja äh irgendwie creepy aus äh bist du auch creepy wieso wie sie es für ein Horrorspiel gehört so mal gucken ob jemand anruft ich komm hier nicht wieso ach ist egal weiß nicht was für einen Sinn das hat da ist mein Clipboard jetzt kann ich eigentlich wieder raus und Fenster äh angucken oder Leute darf ich das kurz machen ne ich glaub da passiert nichts ich würde einfach vor dem Fenster stehen mein Clipboard anschauen das Spiel entwickelt nur ein Dev wow nein das ist wirklich das gleich mal Geld zurückverlangen was es ist ne Demo Leute was was redet ihr ist ja schon alles abgehakt muss ja gar nichts machen bei der Demo musste ich noch ein paar Sachen abhaken ich bin mal gespannt wann der erste Jumpscare kommt auf jeden Fall ist hier in dieser Demo mehr los als beim ersten Mal das ist doch schon mal nett kann ich eigentlich die Visitenkarten auch nehmen oder gab es kein ne ging nicht ok was ist das hier eigentlich eine Box voller Würmer was ist das Leute was ist da drin ach egal also wenn Jesus dich schon so anguckt dann weißt du das kommt nicht gut wenn schon Jesus sagt Junge geh da nicht rein achso das ist der Rechner den ich gerade rebecca thank you for coming in such short notice the body currently in the embalming room is down so please return it to cold storage and get started on the next one I've left the key to the embalming room in the top drawer of the front desk Raymond don't forget your clipboard okay okay nein 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 mein Sohn macht das gerade mein Sohn hat gerade so eine Phase dass er ständig die ein Sackmöwe bester Mann war schon dreimal auf deinem Konzert und dir mal weiter so danke für die 5 Euro die ein Sackmöwe nacht eule 30 danke für die 1000 Bits Mensch thank you very much mein Sohn ist gerade so der hat eine Phase dass er alle Lichtschalter an und ausschaltet beziehungsweise ausschaltet und nicht mehr an und dann stehen wir bei dem Dunkeln und dann haut er sich den Kopf an fängt an zu heulen ich sag Mann ups was ist das hier was heißt das was ist denn dieses Symbol ich hole was ja fuck ich verstehe überhaupt nichts oh vielleicht kann ich es anzünden I'm missing something komm einfach mit allen Zombies anzünden hier ne alles Bullshit was ich hier mach mach das Ding weg ich hatte gerade ein Brett vom Kopf was habe ich denn in der Hand ein Clip-Bot achso ich habe das Clip-Bot in der Hand jetzt verstehe ich ne ich will es loswerden ey was ist denn diese ich habe das doch gar nicht in der Hand oder ich habe es in der linken Hand in der rechten habe ich gar nichts verstehe ich nicht verstehe ich nicht ah jetzt verstehe ich du möchtest nicht dass ich hier reingehe jetzt verstehe ich das heißt das Zeichen ich gehe aber wieder vielleicht muss man die Fluchttür auf lassen ok ok are they ready wer heißt denn so ne Mann Emir heißt der Pasha oh ich hätte jetzt nicht gedacht dass ich ein Spiegelbild sehe bei den Horrorspielen sind meistens ich muss sagen ich gefalle mir ups ich frage mich wann der erste Jumpscare kommt ohne Scheiß was ist das ein Tankcleaner gar nicht vita Ich hab schon einen von uns. Oh, du fucking damn da motherfuß. Ich hab schon einen von uns. Ich hab schon einen von uns. Bitch. Okay. Nee, wie, äh. Wieso geht hier kein Licht an? Das wär so... Was hab ich jetzt gemacht? Hier sind die Fuses, oder? Oder wieso hab ich eigentlich keine Taschenlampe? Ich glaube, hier ist der Sicherungskasten. Kann das sein? Okay, ich hör auf. Ist ja gut. Aber das sind doch Fuses. Oder? Nicht mehr... Alter, ich hab überhaupt keine Ahnung, worauf ich hier draufklicke. Also offensichtlich kann man hier aufmachen und dann kommen diese... Wahrscheinlich später im Spiel. Ist wie bei Sherlock Holmes. Eins nach dem anderen. Ich bin mir sicher, das ist der Sicherungskasten. Okay. Okay, was sonst. Puh. Top Remix. Direkt an Synthica verkaufen. Zu wenig BPM. Ist ja auch ein Rap und keinen hier. Ist das einfach ein... Hm. 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 Nee. Okay, sorry. Wieso hier kein Lichtschalter ist, ey. Das nervt. Wahrscheinlich muss ich später die Taschenlampe finden und dann wieder zurückkommen. Alles nach seinem... Wieso krieg ich diese Tür nicht auf? Ah! Ja, hier fing die Demo an, Leute. Hier fing die Demo an. Und ich glaube, war nicht hier irgendwas am Fenster? Und hier habe ich, glaube ich, einmal den Lichtschalter ausgemacht und habe nichts mehr gesehen. Ja, genau. Da kam ich nicht weiter. Scheiße, ich kam nicht im Ende. Das ist sehr lang her, oder? Nimm den Schlüssel. Ja, habe ich doch... Leute, kein Backseat-Gaming und kein Frontseat-Wanking. Irgendwo... Ah nein, das war innen! Jetzt weiß ich! Da drinnen! Hier! An diesem Fenster! Hallo! Wow, die Demo ist... Dieses Spiel ist komplett anders. Das ist eine komplett andere Demo. Ich lasse mal alle Türen auf, falls ich rennen muss, ne? Ja. Hier ist... Hier erschien so ein Scheiß-Ding. Man merkt, dass ich echt langsam Schweizer werde. Schieß-Ding. Scheiß ist so Schieß. Schieß-Dreck, sagen die Schweizer für Scheiß-Dreck. Schieß-Ding. Der Flur-Flashback. Er hat im Dunkeln den Lichtschalter nicht mehr gefunden und hat aufgegeben. Genau, und dann habe ich nochmal neu gestartet. Riverfields Network. How to? To enter cadaver information, click the record system icon to open the program. Match the sections on your clipboard to the corresponding sections on the computer. Once all the findings have been entered into the system, click submit. To print out embalming records. Then file the records up front to begin. Man! Habt ihr aufgepasst? So geil wie das hier gibt es also richtig für Leute wie mich. Klick. Da. Submit. Record system. Klick. Da. Submit. Okay. Was ist denn das hier? This system is only for Riverfield Moticians Wichicks. Please enter your Nightshift Code. 1973. 20, 21. 0, 0, 0, 0, 0. Okay, ich weiß es nicht. Ah, warte. So typisches Passwort. Dann haut er ab. Achso, ich habe noch gar nichts gemacht. Okay, aber ich weiß Bescheid. Danach muss ich hier eintragen und so. Alright. Ah, Schlüssel. Schlüssel ist immer gut. Ist so komisch, dass wir immer noch keinen... Achso. What the fuck is that? Rebecca, you weren't supposed to find this yet, but I suppose you find my key. You simply aren't ready for this work. I can't let you live what I live. I can't let you live what I live. I can't let you live what I live. Not yet. Maybe in the spring. Raymond. What the fuck? 2022. 2022. Ich war gar nicht mal so schlecht mit der... Mit dem Code-Nummer-Dingenskirchens. Ich habe keine Ahnung, was... in diesem... Aha. Das ist doch hier Tempelritter, oder? Hier ist bestimmt wieder Illuminati-Scheiß am... Was? Nein. Geh weg. Oh Gott, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Komm, wir gehen hier raus. Ich habe nichts gemacht. Ich meine, I can't let you live und mit dem... Aber schönen Schlüssel da liegen lassen und sich dann hinterher beschweren. Moment mal ganz kurz. Spring 2022. 22? 20? Nee. Okay. War nur ne... Nein. War nur ne Idee. Okay. Nee. Haben wir schon danach geguckt? Nee. Okay. Okay. Ich glaube, das war's. Du bleibst schön liegen, du Pisser. Don't jump. An der Stelle würde ich jetzt ne Pause machen, oder? Und im Spring 2020... weiterspielen. Habt ihr das auch gehört? Ich glaube, ich mach mal... You never know. Vielleicht kommt so ein fucking Creep hier durch. Okay. Da stand doch grad jemand. Was? Da stand ne Frau an der Tür? Wo? Ist das euer Ernst? Ist da wirklich ne Frau an der Tür? An welcher? An der hier? Oder an der? Ne, da ist ja keine Tür. Hier. Da stand ne Frau. Ey, mach mich nicht schwach. Boah, wie hab ich das nicht gesehen? Habe ich echt den ersten Jumpscare verpasst? Das kann doch nicht wahr sein. An den Durchgang stand sie kurz. Hinten im Gang. Die besten Jumpscares sind sie die mir verpasst. Ja, ist ja gut. Kein Grund, gierig zu werden. Kein Grund, gierig zu werden. Ja, ist ja gut. Kein Grund, gierig zu werden. Okay. Was ist das? Achso. Ist das da oben? Ne. So! Mein Lieber. Bei dem Spiel stehe ich oft auf dem Schlauch. Okay, let's go. Hier war keine Frau, oder? Habe ich schon wieder was verpasst? Fuck me. Leute, was... Dreh ich mich einfach zu schnell um? Ist da hinten jemand? Ah, da ist keiner. Schon wieder verpasst. Was denn? Hier, oder was? Das kann doch nicht sein, dass ich alle Jumpscares verpasse. Hab... Die war hinterm Schrank. Hinter welchem fucking Schrank denn? Hier! Hier, oder was? Ey, das sieht aus wie so ein Penis, oder? Der da raushängt. Sorry, aber... Vielleicht... Aber ohne Scheiß, da steht doch einer mit seinem Schwanz draußen. Das ist doch... Okay, Entschuldigung. It's me. I'm sorry. I can't hold anything else. Ach, komm. Alter, sieht der creepy aus. Oder? Der sieht richtig creepy aus. Raymond, Delva... Der sieht aus... Als ob er der Bösewicht wäre. Der ist der Bösewicht, Leute. Nicht meine... Nicht meine Oma. Das... Das... That's me. Hübsche Frau. Herbert, dein Ding steckt schon wieder raus. Kann ich... Es kann doch nicht sein, dass ich zwei Jumpscares verpasst hab. Was ist mit mir los? Was ist da oben? Habt ihr das gesehen? Aha! Ich werde beobachtet. Ja, unglaublich, oder? Dass ich die einzigen beiden Jumpscares verpasst hab. Hab's geklippt. Ich muss mir nachher die Clips anschauen. This is missing info. Story of my life. Mir hat auch keiner gesagt, dass ich einen PCR test... Okay. Was ist das? I can't hold anything else. Ohhhh. Kauft ihr ne Tasche. Okay. Also das Spiel... Also die Demo... Is... Fuck off. Wesen... Ich geh da hin. Komm her, du Sau! Was machst du? Fuck. Fuck hab ich mich so... Hihihihi. Also ich bin nur in die Knie gegangen. Mehr ist nicht passiert. Da ist schon wieder der Penis, Leute. Diese... Am Fenster. Seht ihr das? Überall diese versteckten Penissymbole. Hier. Doppelpenis. Also worum geht's in diesem Spiel? Ich hab mich fast bepinkelt. Ja, ich muss sagen, ich jetzt auch. Ich weiß auch nicht, warum ich gleich hingerannt bin. Ich bin einfach dumm. Okay. Okay, komm. Was müssen wir hier machen? Weiß das einer? Return Body to Cold Storage. Ich glaub, ich muss gar... Ich hab... Ich hab so viel Shit aufgenommen. Ich muss die nur... Wahrscheinlich ist der Cold Storage da hinten. An den beiden Penissen vorbei. Hallo! Hallo! Hallo, du dummer Schatten, du! Fuck! Boah! Ihr wisst immer, wenn ich Angst hab, dann laber ich viel, ne? So. Es gibt keinen drin. Nur Schatten und ich. Okay, vielleicht... Boah! Ich bin... Das war mein Schatten. Guckt mal, Leute. Hab ich gedacht, das wär die Tante schon wieder. Ich hab echt gedacht, das wär die Tante schon wieder. Komm her! Wo bist du? Hier. Das sind die Lichtschalter, hat einer von euch geschrieben. Ah, tatsächlich! Diese Penisse sind die Licht... Jetzt sind auch die Penisse weg. Okay. Du, Leute, laberst immer noch viel. Spiel doch das Spiel alleine. Ohne mein Gelaber. Ach, jetzt kann ich's wieder aufnehmen, oder wie? Hallöchen, Puppöchen. Was passiert denn, wenn ich... Cremation Bag, Tank Cleaner. Okay. Ich bin mal wieder lost. Okay. Okay, auf drei. Also. Jen Shoemaker. Mal gucken, ob die mir... Hallöchen, Puppöchen. Ihre letzte Diät war nicht so erfolgreich. Komm, ihr Schlimm... Ich kann... Ich kann das hier... Ich kann das hier... Ich kann das hier... Ich kann das hier... Okay. Hast Glück gehabt, Jen. Dann verzieh dich wieder. Komm. Mit Sicherheit kommt ein Jumpscare hier. Das kann doch nicht sein, dass die das liegen lassen. Okay, auf drei, zwei, eins. Das ist wahrscheinlich mein Platz. Das ist wahrscheinlich mein Platz. Ne. Ne. Okay. Achtung! Seid ihr bereit? Ready? Ne. Hä? Wird er unten durchgefallen oder was? Wie willst du denn hier ne Leiche drauflegen? Was soll'n das... Was soll'n das geben? Sehr beschissenes Krematorium, ey. Geh mal kurz zu. Achtung! Ne. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn hier ein Jumpscare? Ich bin jetzt enttüscht. Diese Scheiße, so. Ich bin enttüscht. Ja komm, da tue ich den Dude da rein, oder? Kann ja über doppelt so lang brauchen wie Gronkt. Hat Gronkt da schon gespielt? Gronkt das auch schon gespielt? Gronkt das wird heute nix machen mit Jumpscares. Der Kai verpasst alle. Wieso? Ich bin sogar auf einen Jumpscare bin ich sogar hingerannt. Normalerweise müsste jetzt hier ne Fresse erscheinen. Hallo? Hab ich verpasst? Ich dachte die kommt vielleicht wieder. Okay. Wie schieben wir denn... Wie schieben wir den denn da rüber? Den muss ich doch zu Cold Storage, oder? Mit was denn vor allem? Shut up. Wie schiebe ich denn die Leiche da rüber? Das kann doch nicht sein. Oder ziehe ich das raus? Ne. Was ist denn das hier? Ne, auch nicht. Was? Use Leaf Burnie. Ah! Ne, ich hab keinen Bock. Obwohl doch. Ne, ich will nicht. Mein Pillemann hängt fest. Ich komm nicht mehr weg. Glatt. Und dann mach so. Auto so machen. Ich mach so. Aber... Unfall. Weißt du was? Ich schieb den hier raus. Komm. 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 Sorry, aber alle Betten sind belegt. Backhof. Mann! Warte, wenn ich hier gehe... Warte, warte. Hier. Hier. Oh, ich wollte grad springen und ich... Och, Mann! Das Spiel ist einfach nicht Open World. Okay. Ah, ich hab's vielleicht rückwärts. Warte. Komm. Opa. Noch einmal ganz kurz frische Luft schnappen, oder? Ich bin mir sicher, die Tante dieser Schatten fragt sich jetzt... What the fuck... Is going on with this idiot? Halt dich doch mal an die Spielregeln. So, du verpiss dich jetzt. Weil du ne scheiß Zombie-Leiche bist. Komm. So. Na du Arsch, damit hast du nicht gerechnet, hä? Kleiner Pisser. Tschüss. Take that, you... Fucking Zombie-Crap. So, jetzt gehen wir erstmal Kaffee trinken mit dem Schatten. I see you! I see you, bitch! Jetzt hab ich sie gesehen. Hab wahrscheinlich gefragt, wo ist denn die Leiche? Hier, nimm doch die hier. Nee, hier. Hier. Nee, ich kann das Ding nicht auch machen. Ja komm, wir mal, sonst geht das Spiel nicht weiter, oder? Perl lässt deine Patienten noch glatt im Regen stehen. Boah, ey, das ist, das wird ja... Ich weiß gar nicht, was ich als erstes brauch. Dear Raymond. I am sorry. There is no fucking Leiche left. What happened? Okay, komm, Leute, lass uns das Spiel spielen. Ja, das ist ein Horrorspiel und kein Comedy. Kack! Komm, wir holen diesen Pisser wieder. Das kann ja noch dauern. Ja, ich muss das hier in die Länge ziehen. Das ist eine Demo, die ist gleich vorbei. Oh, wurde angefahren. Du bist ja schon tot. Okay, komm. So, jetzt. Jetzt. Jetzt, heiße. Was? Es geht nicht mehr. Leute, ich drück C, es geht nicht. Nee, ich muss von der anderen Seite, oder? Warte. Ah, jetzt. Oh, da bin ich ja froh. Ich hab schon gedacht, wir müssen das Spiel unterbrechen. Ah, shit. Hoffentlich komm ich hier durch. Oh nein, ich hab's verkackt. Nein! Shit, ich... Oh! Nein! Schaut euch das... Es ist eine Stufe. Fuck, es ist eine Stufe. Nein, da komm ich ja nie wieder. Ach Gott, Neustart. Ach. Nee, doch. Nee. Oh, ich hab keine Orientierung. Oh, ich bin dran vorbeigelaufen, ich trottel. Ach, Kaja, Mann. Okay, sorry. Sorry, jetzt aber. Warte. Lass mal so verkacken. So, ne? Jetzt. Ja! 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 Rückwärts. Ja, 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 ja. Ich weiß. Ja, meine Community ist so clever wie ich. So, jetzt. Komm. Nee, okay. Nee. Oh, fuck. Das... Scheiß. Nein! Ich hänge fest! Scheiß. Ah, so. Jetzt. Nee. Ach, Leute. So macht das doch keinen Spaß. Oh, fuck. Ich hänge mich nicht fest. Ey, das können wir nicht auf YouTube stellen. Das ist der dümmste fucking... Ja! Nee. Das ist irgendwo dazwischen, zwischen dem Winkel und dem Winkel. Sorry für das Gameplay. Das ist richtig beschissener Content gerade, aber... Mann! Wir sind hier.. ... ... Ja, 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 ja. Also rückwärts geht's viel besser als vorwärts. Nur mal so zur Info. Falls ihr das auch... Ja! Falls ihr das... Auch machen wollt. Was jetzt geil wäre, wenn die Tante am Fenster erscheinen würde. So mit so einem... What the fuck? Ja! Hättet ihr nicht gedacht, oder? Ihr dachtet Neustart, aber ha! So! Jetzt, Leute! Spaß mit Leichen! Hoffentlich sieht das der Entwickler niemals. So, du Penis! Was... Wie machen wir das jetzt? Wo kann ich dich denn ablegen hier? Ich hab keine Ahnung. Hier unten? Was ist hier? Sind ja alle leer, ne? Dann geh du doch mal wieder rein. Hat lange auf mich gewartet, die Tante. Komm, wo bist du? Komm her! Ja! Du Kuh, du! Ja, und jetzt? Ah! Easy peasy lemon squeezy! Tschüss! Was ist eigentlich mit dir passiert? Du hast Kratzspuren? Hast du Katzen? What the fuck? Okay, komm! Geh rein! Geh doch rein! Alter! Geh weg! So! Das hätten wir schon mal! Hast du Retrieve? Achso, den anderen Körper, ne? Nehmen wir das ohne Brett, hab ich doch! Leute! So, alles gut! So, jetzt nehmen wir die Tante mit, oder? Anscheinend ist das so. Warte! Und jetzt? So, verladet, 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 verloodet, man Leichen. Komm mit! So, du bist wahrscheinlich die, die mich nachher killen wird, oder auffressen wird, oder so ne Scheiße. So, wo ist jetzt? Schatten kommt auch noch rum. Achtung, Jumpscare! Drei, zwei, eins, go! Come on, Jumpscare me! Jetzt hab ich schon wieder einen Jumpscare verpasst. Ich dreh mich extra um für den Jumpscare, und dann ist der auf der anderen Seite. Ey, Kaya, der Jumpscare-Verpasser. Ist das, ist das ein Wort? Jumpscare-Verpasser? Hast du schon mal Körperwelten gesehen? Ne, ich find Körper mit Haut und so. Oh, was ist denn hier passiert? War ich das? Achso, das war das Geräusch. Äh, ne, ich find so Körper mit Haut obendrauf richtig nice und so. Aber so Körper ohne Haut ist... So, was machen wir jetzt? Die ist 93? Boah, die hat aber... Man sieht die Falten, aber die ist noch... Also, die ist eine... Fuckin 93, die Tante. Record any disgusting marks. Distinguishing marks. Ah, was ist das für ein Entwickler? Hey, Demosta! Long time no see! Vielen Dank für die... Für deine fünf gibt's doch. Jetzt hab ich den... Jetzt hab ich den Minkern-Clip erstellt. Keiner Jumpscare-Verpasser. Die sieht lecker aus. Serious Black. Bitte halt dich zurück. Ich hab nicht von lecker gesprochen. Also... Ach, Leute. Record any disgusting marks. Enter markings into computer. Okay. So. Dann schauen wir uns mal... Rotate. Was... Was soll ich rotaten? Ah, das hab ich jetzt aufgeschrieben. Was heißt denn rotate? Ich rotate mir doch... Mittlere Maustaste ist es auch nicht. Rechte Maustaste ist das. Ach so! Oh, ich soll da drauf! Meine Fresse, ey. Bis man das mal rafft. Kann ich... Kann ich nach... Bevor das nicht der Mittelfinger ist. Okay. Vielleicht wird er wegen Boob-Content gebannt. Glaube ich nicht. Soll ich da hin? Oh, das sitzt. Aber ein bisschen anders, das Ganze. Oh, der ist left, you. Dann werde ich den schon finden. Das kann doch nicht sein, dass ich's schon wieder verpasst hab. Leute! Was geht denn heute ab? Ich hab ganz kurz die Lautstärke nachgeregelt. Was war denn? Jetzt leck mich doch am Arsch! Ey, ich muss mir mein eigenes Replay anschauen. Ich muss deinen eigenen streamen. Ja! Was war denn? Ich kotze, ey. Jetzt hab ich... Hat das mal einer... Hat das einer geklippt? Und ich guck's mir ganz schnell an. Ich sterbe grad vor Neugierde. Das ist nicht dein Ernst. Doch! Ich fand's zu leise. Dann hab ich's... Äh, äh... Hochgeregelt. Okay, okay. Warte, warte, warte. Ich muss raus tappen. Ich hoffe, das zerstört mir wieder nicht. Warte, 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 warte. Welcher Jumpscare? Welcher Jumpscare? Warte, warte. Moment, Moment, Moment. Das kann doch nicht sein, Mann! Das gibt's doch nicht! Ich fand's... Ich... Ah! Alter! Fuck! Ich hab's verpasst! Ja, ich wusste... Ja! Das gibt's doch... Das hab ich noch nie geschafft bei einem... Ey, das hab ich noch nie geschafft! Das waren jetzt drei oder vier Jumpscares! Oh! Soll ich ein bisschen... Soll ich das Spiel ein bisschen lauter machen? Ich fand's vorhin zu leise, oder? Das ist so besser, oder? So besser, oder? Der ist witzig gewesen, wenn ich das eine Wiederholung wieder verpasst hätte. Und das dann nochmal klippen. Und dann nochmal gucken. Okay, Schluss jetzt. Jetzt ist besser, oder? Jetzt ist es lauter. Ich hab mich für dich erschrocken. Okay, gucken wir mal, was die Tante hier... Nee! Was war das jetzt? Ach man, wer hat denn das fucking Licht ausgemacht? Wo ist denn der Lichtschalter? War der hier? Ich hab keine Flashlight. Das ist... Wo war denn hier der Lichtschalter nochmal? Hier. Ja, vollidiot! Huch! War ich das? Ich hab das nicht aufgelassen, oder? Wer war das hier? Sag mal, seid ihr alle bescheuert, oder was? Das muss ja alles seine Ordnung haben. Ja, okay, komm! Komm her! Hallo, wo bist du? Also, man kann das einmal mit dem Fenster machen, aber nicht ständig. Laut ist gut. Ja, oder? Oder soll ich es noch lauter machen? Okay. Hey, wie war ich gestern Nacht im Bett? So! Äh... Das war aber eine heftige Party, oder? Das war aber eine heftige Party, oder? Die macht's alleine wieder zurück. Okay. Die Zeit, dass du deine Augen öffnest, Baby. Nee? War das nicht in der Demo irgendwann so? Ah! Blöde Kuh, jetzt reicht's mir. Hast du einen Knall! Ich so zu erschrecken, du. Wo ist der Penislichtschalter? Hier, ne? War der nicht hier irgendwo? Der war doch hier, oder? Scheiße, ich brauch Flashlight. Ich werd doof. Ach, egal, Kuh. Dann bleib doch im Dunkeln, du hohle Nuss. Ich glaub, wir haben alles aufgeschrieben, was man aufschreiben kann, oder? Hier war nichts, oder? Nee. Alright. Angegebene Länge der Demo 30 Minuten. Kaya, Spielzeit 2 Stunden 34. Jetzt gehen die Augen auf. Achtung. Jumpscare incoming. In 3, 2. Nee? 3, 2. Nee? Bewege ich die Tante. Bewege ich die Tante. Ohne, ohne dass sie centert. Aha! Von der anderen Seite geht's aber nicht. Also ich als Physiotherapeut muss sagen, sie sind auf der linken Seite ein bisschen... Zack. Ja? Das hat bestimmt noch keinen Stream herausgefunden. Alright. Eine Freundin von dir macht das? Eine Freundin von dir macht das? Ist das dein Ernst? Der Jumpscare-Verpasser. Du bist aber mutig heute. Ich bin doof heute. Wo geht denn der Lichtschalter? Der war doch hier, oder? Fuck, ich find den nicht mehr. Ah! Ah! Ja! Du blöde Kuh! Ah! Da ist er wieder, der Penis! War das schon vorher hier? Und hier ist der andere Penis. Die Penislichtschalter. So, Schätzchen. Ich hab alles aufgeschrieben. Record any distance. Ja, da hinten wieder da am Fenster. Ich hab doch alles aufgeschrieben, oder? Ach nee, ich muss... Ich muss... Okay, wir müssen mal miteinander reden. Boah, Alter, du gehst mir auf den Sack. Ohne Scheiß. Ist das dein Special Skill? In Phasmophobia... In Phasmophobia wäre das so einer von den drei Hinweisen. Das ständig das Licht aus. Du blöde Nuss. Wo war denn jetzt hier der Lichtschalter? So nervig. So! Hi, der Ding. Alles gut? Ja, ne? So, äh... Äh, Head. Ja. Right Shoulder. Contusion. Left Arm. Zack. Right Leg. Und Left Leg. Contusion. Das müsste es gewesen sein, oder? Right Arm hatte sie nichts. Left Shoulder hatte sie... Oh, fünf und sechs. Scheiße, ich hab was verpasst. Eins, zwei, drei. Oh. Ich glaub, bei den Schultern hab ich nicht geguckt. Kann das sein? Ja, hier bist du. Nein, hier bist du nicht. Hab ich die Schulter nicht gesehen? Warte mal ganz kurz. Dann muss ich vielleicht auf die andere Seite. Das ist Greta, du sollst Strom sparen. Aha, hier waren wir nicht. Jetzt. Aber ich glaub, ich hab's gefunden. Wird nie alt, oder? So, für die Damenspiegelung müssen sie sich ein wenig zur Seite drehen. Dankeschön. Nein. Oh. Wie ich immer mit Escape weggehen will. Alter, mein Herz. Den hab ich nicht verpasst. Oh, fuck me. Alter, mein Herz. Scheiße. Den hab ich nicht verpasst, Leute. Oh, das kam so unerwartet. Ich hab doch nicht mal Zeit zu schreien, weil ich dachte, da ist doch. Und dann war der weg. Den hab ich gesehen, ja. Oh, mein Herz. Ohne Scheiße. Ich hatte aber, ich hatte, glaub ich, seltener noch nie einen Jumpscare, wo ich nicht geschrien hab. Oder ich schreie doch normalerweise. Aber der war so silent. Der war einfach nur so. Jesus. Das wird wieder ein geiler Edit. Jimmy wird wieder was zu tun haben. Aber was war das? Left Shoulder Contusion, oder? Alter. Jetzt sechs von sechs. Wie? Achso, Name. Achso, Entschuldigung. Nee, achso, ich muss das da rüberklicken, ne? Ja. 93, Entry, was? Zwei? Nee, zwei und drei brauch ich nicht. Jetzt aber. Da hat kurz der Puls im Takt vergessen. Stell dir vor, du schaust, auf den Takt, 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 Takt und die Oma von der Bahn steht dann vor dir. Ich bin mir sicher, sowas passiert gleich. Ah, man gibt, ah, ich soll noch einen. 100 Pro passiert das gleich. Auf drei. Drei, zwei, eins. Ah, ich hätte auch gedacht, das wäre ein geiler Jumpscare geworden. Aber ich muss mir ja noch drehen. Okay. What, what? Fuck. Cory Cass, hey! Vielen Dank für die zehn Gipsabs. Dankeschön. Die Paranoide ist. So, ihr Lieben, war lange im Lurk, aber nur kurz im Chat. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Gute Nacht, R2K! Danke fürs Zuschauen und so. Komm, wir lassen das hier lieber auf, dann gibt es wenigstens keinen Jumpscare. Okay. Embalming Report. A packet of mortuary paperwork related to the handling of the deceased. File up the front service. Can't hold anything. Can't hold. Can't hold. Can't hold. Can't hold. Can't hold anything else. Okay, ich glaube, ich muss mal langsam, ich muss ein paar Sachen irgendwie ablegen, oder? Das macht ja keinen Sinn. Ich habe mir einfach zu viel Shit. Wo lege ich die denn ab? Wo kann, wo, hier. Warte mal kurz. Ja, die Fuses werde ich mit Sicherheit brauchen. Ähm. Äh. Ah, Drop. Hier. Davon haben wir ja genug. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt aufgenommen habe, ich Trottel. Was ist das? Cremation Bag. Ach, das brauche ich doch alles gar nicht, oder? Okay, jetzt. Bist du bescheuert? Mann. Das kann doch nicht sein. Hä, die kann... Die kann kein Papier... Vielleicht... Ah, ich... Ah. Warte, warte, warte. Nimm das doch hier rein in die Pockets. Ach, fuck off. So, jetzt. Geh doch mal raus, ja. Okay. Jetzt verstehe ich. Ja. Silent Shock von Kaya. Was? Thema 10, 87. Vielen Dank für die 5 Griffzocks. That's very nice. So. Was muss ich damit machen? Ich hab's vergessen. Gibt es so ein Questlog oder so? A packet of mortuary Bevel related to the handling of the disease. File up front so they are available. Ah, ich weiß wohin. Warte, warte, warte. Ich weiß. Jetzt kommt Jumpscare. Achtung. Wahrscheinlich hält sie mich fest. Nein. Hier kommt einer. Wer hat denn... Wer hat denn die Tür aufgelassen? Okay. Ich hätte jetzt schwören können, da kommt ein Jumpscare. Hat die jetzt die Augen auf? Weil vorhin hat sie sich geschlossen gehabt, oder? Nein, das sah nur so aus. Time to embalm. Steht da keine der Leichen auf? Doch, mit Sicherheit. Kommt noch was. Ich halte mir schon den Mund zu, weil Familie. All right, Leute. Weiter geht's dem Text. Hab ich das hier aufgemacht? Nee, ich hab doch alles wieder zugemacht. Ist hier irgendwas Neues? Nee, ne? Nee, ne? Oder? Nee. Okay. Vamos. Die Oma ist doch die auf dem Foto im Haus, oder? Meine Mutter? Nee. Nee, glaub ich nicht. So. Was machen wir jetzt? Ich seh nichts. Es ist dunkel. Irritage Body from... Inspect Body for the... Mixed Embarming Fluid in Pump. Äh. War das das hier? Ja. Nee, Tank Cleaner. War das... Wo ist denn? Ist das hier der Embarming Tank? That's not it. Äh, ich bin grad ein bisschen Lust. Hier rein. Was war das? Fuck. Mix Embarming Fluid in Pump. Das ist ein Tank Cleaner. Das ist nicht die Embarming Fluid. Das heißt, ich muss die vier Sachen zusammen mixen, ne? Okay. Moment. Ähm. War das denn in der Demo nicht auch? Jetzt hab ich wieder die Hände... Die Hände voll. Mal drop den Shit. So. Der Reihe nach. Glutamat, Methanol, Homestat und Formaldehyd. Glutamat. Was ist das hier? Humectat. Das brauchen wir. Äh. Was ist das? Nee, ne? Ist da oben? Mann. Scheiße. Glutamat. Mann. Ich werd bescheuert. So. Also Glutamat haben wir. Nee. Komm mal. Wie ist das? Humectat haben wir. So, was ist das hier? Irgendwas ist auf dem Boden. Nichts davon kann man gebrauchen. Hier. Bleaching Agent. Nein. Mann, wo ist der Shit? Nein. Ja, Formaldehyd. Okay, ich muss die Einzelne da reinstopfen, die Scheiße. Warte. Ja. Mann, ey. Chemiestundensimulator, ey. Komm her. Was war noch? Methanol und Glutamat. Äh. Was ist das? Nee. Geh weg. Nee. Drop this shit. Okay. Rechte Maustaste. Ich weiß nicht, warum ich... Hier. Ja. Glutamat. Was noch? Methanol. Reservoir Bag. Ich kenne Reservoir Dogs, aber... Was? Methanol? Wo ist das Scheißzeug? Hier. Alter, könnt ihr das nicht mal nebeneinander machen, Mann? Guter Madus sagt Geschmacksverstärker. Ich habe keine Ahnung, warum das da rein muss. Ist doch wurscht. So, jetzt kommt ein Jumpscare. Weil in Spielen das immer so ist. Immer wenn man kurz Erfolg... Na? Gibt's auf die Fresse. Man hatte kurz Erfolg und dann gibt's was auf die Fresse. Komm schon. Komm mal. Jumpscare me, you fucking... Okay, was denn als nächstes? Make an incision in the carthoid artery and jugular vein with scalpel and forceps. I don't have a fucking clue, wo das ist. Wo? Carthoid artery and jugular vein. Das hört sich an wie irgendwo am Hals. So, jetzt öffnet sie gleich ihre Augen, so war das zumindest in der Demo. Wo sind denn deine Handschuhe? Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Was? Den Spruch kenn ich nicht. Jetzt bin ich aus dem Konzept gebracht. Was muss ich machen? Mann. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Wieso? Ich bin doch noch gar nicht tot. Make an incision in the carthoid artery. Das ist die Arterie wahrscheinlich irgendwo hier. Und die Vene. Was weiß denn ich? With scalpel and forceps. Ich bin mal gespannt, wenn ich die Tante aufschneide, dann interessiert es keine Sau. Ich weiß nicht, wie nicht das Ding wieder los wird. So, jetzt. Nicht? Und jetzt? Ich wusste es einfach. Die Carotis ist die Halsschlagader. Hey. Das ist doch nass da draußen, Mädchen. Das bringt doch nichts. Komm schon, lass dich kurz aufschneiden. Du bist doch schon tot. Hey. Mann. Ich hoffe, du bist krankenversichert. Ich mach das hier nicht for free. You fucking bitch. Oh. The flash of fire and ash of flesh will herald the coming of my house. Was? The flash of flesh and ash of flesh. Was ist das für ein Text, man? Kannst du denn die... Fuck. Okay, okay, okay. No. No. I'm not going. Okay, Leo. Please. Don't. No. Okay, Leia Sophia. Layers of fear, baby. Alright. Okay, ich bin ja... Ich bin ja Horrorspiel proven, ne? Wie sagt man? Horrorspiel-Veteran. Naja, hier geht's nicht lang. Auf jeden Fall hat jemand schon mal die Lampen angemacht. Die Glühbirne. Na, hast du alle Lampen am Brennen? Ey. Die Tür... Okay. Leia Sophia, baby. Mal gucken, was hier passiert. Miss Owens. Was? What? They've done an increase for you, so that's 300 milligrams now. Was? Let me know if you have any questions, okay? Yeah. Okay. Thank you. Was? 300 milligrams of what? I don't have a fucking clue, was hier abgeht, Leute. All right. All right. All right. All right. Ich will jetzt eine Stimmung machen. Da will ich mit mir spielen, ne? Ten-year coin. This is my coin. Was steht da drauf? Unity, recovery and... Sex. Service. Ja, Sex hätte ich auch sehr platt gemacht. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ahielan. Somebody! Get me out of here! They're gonna... They're gonna kill me! Stop it! Stop it! Stop it! Leave me out! Ich kann nicht in die Türen rein, Leute. Falls ihr euch das fragt. Ich hab auch keine Flashlight oder irgendwas. Oh! Das war doch hier aus der Tür, ne? Äh, aus dem Kabinett. Aber... Die sind leer. Was ist der Kalt? Und der Feuer ist neu. Kann jemand mal die Ghostbusters rufen? Ich konzentriere mich mal auf den Chat, dann stelle ich mich nicht so von her zu ver... Ich muss sagen, ich bin echt... Also die erste Demo war schon krass. Aber das ist ja nochmal... Also... Und wir sind immer noch in der Demo, Leute. Ich bin mal gespannt, wie der Full Release aussieht. Okay, irgendwas passiert gleich. Was? What? Äh... What? Ach, herein. Hier. Aber da sind wir ja wieder. Bin gespannt auf den Full Release. Cheesy Creasy. Ich hab mir schon Sorgen um dich gemacht, dass du dir da draußen den Tod holst. Ha, das geht ja nicht mehr. So! Make an incision in the car... Ja da, da waren wir schon mal stehen geblieben. Okay, Skalpel hab ich noch. Geh ran. Komm, geh ran an die Tante. Wieso nicht? Hä? I can't... I can't use that here. I don't get it. Ist hier nicht irgendwo Arterien Zeugs und so? Vielleicht auf der anderen Seite. Oder? Ah! Das Skalpel ist schon ausgerüstet. Was ist denn ein Forceps? Und wo noch? Hier und... Hier... Irgendwo anders noch. Was in die Karottenarterie und Jugular Vein? Skalpel und Forceps. Was ist denn ein Forceps? Hat einer eine Ahnung, was das ist? Ist das hier ein Forceps? Nein, Troka. Alter. Na gut, ich wüsste nicht mal, was das auf Deutsch wäre. Was ist denn ein Forceps? Das hier. Ja, das sind Forceps. Dann nehmen wir doch ein Forceps. So. Hier, Forceps yourself. Mh, lecker. Okay. Clamp tubing to both veins and connect to embalming pump. Pinzette. Ah, Forceps und Pinzette. Guck mal. Tubing. Das habe ich irgendwo gesehen. To both veins and connect to embalming pump. Wo habe ich denn die Tubings nochmal gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Mh. Mann. Nein. Oh, zu viele Tasten. Tubings, Tubings, Tubings. Hatte ich die schon in der Hand? Ist das hier? Ne, das ist Cremation Bag. Hallo? Da rein. Was hat denn hier grad zu? Ich will immer... Mit Back will ich immer auf Escape drücken. Ich weiß nicht warum. Tubing, Tubing. Das war doch hier irgendwo. Das hier, oder? Ja. Clamp tubing to both veins and connect to embalming pump. Das hier. Na, komme ich von der Seite oder von der Seite? Komische Frage, das in der Live stellen, oder? Oh. Das sieht aber... Nein. Ich will immer Escape drücken. So. Jetzt wirst du vollgepumpt mit Shit. Engage, pump and let the body fly. Alright. Time to fly, baby. . Oh. Nö. Das spiel so längre Minecraft. Weiß, wie lange geht der Scheiß? Was hat man gesagt, die Eingangstür? Was ist denn an Eingangstür? Hat jemand die Tür aufgemacht? Hallo? Kann ich mal in Ruhe hier die Leiche backdrainen? Unverschämt. Was ist denn die Nachbarn dazu? So, mach das zu. Mach das zu. Mach das zu. Ich habe vollkommen recht, das war die Eingangstür. Alright. Bist du dich hier drin versteckt? Ha! Sau. Nee, nicht. Remove tubes and close incision. Alright. Schon lange kein Jumpscare mehr gekommen, oder? Das ging aber... Ah! Du warst fix. Windnerfleisch. Hahaha. Alright. So. Fill an empty TV... Was? I... Was? Fill empty... Ah, okay. Fear reservoir bags with cavity fluid. Then insert Drucker into the... Mann! Erstmal ein Bag finden mit... What the fuck? Okay, erstmal ein Bag finden. War das nicht hier irgendwo? Da war irgendwas, oder? Warte mal kurz. Boah, hier muss man mal aufräumen, du. Sieht aus wie bei mir zu Hause. Nee, das sind die Tube. Wo war denn der fucking... Reservoir bag? Hallo? So. Haben wir einen Bag gesehen? Nein. Hier. Nee. Doch. Steht er da. Flex bag. Yay. So. Mäuschen. With cavity fluid. Also... Ist das nochmal cavity fluid? Äh, ist das eins von diesen Sachen hier? Was ist das? Tissue Builder. Der fuck ist cavity fluid? Keine Ahnung, wo das ist. Nee, das war das Glutamat, ne? Ah, cavity fluid. Da ist es doch. Ähm. Und dann was? Then insert Troke... Also die Pinzette into abdominal cavity. Ah, irgendwas hier am Bauch. I'm missing something. Aha. Okay, tschuld... Okay. Äh... Das hier, ne? Troker. Äh. Äh. Muss ich machen. Äh. Äh. Ah, jetzt geht's. Ich glaube, das Unterleib nur schon mal vorweg. Das ist... Ach so. Ich muss das ändern? Aha. Kannst du es ein Tick leiser machen. Manchmal hört man dich nicht. Okay. Das wäre natürlich doof. Weil ich bin ja das Beste am Spiel. Ich glaube, in dem Fall ist Kaia der Bösewicht und die Dämonin will nur ihre Ruhe haben. Ja. Schön drin rumstochern. Also. Leute. Kurz gleich. Das hat nichts mit Horror zu tun. Ich finde es auch ekelhaft. Ich weiß auch nicht, was das für ein dummes Minigame ist. Weißt du? Dreh die Maus nach links, nach rechts. Das ist so... Come on. Mann. Diese Maus macht auch nicht das, was ich will. Geh doch mal da rüber. Sieht aus, als würde er Fett absaugen. Aha. Woher wisst ihr denn, wie das aussieht? Alter. Das ist so dumm gemacht mit dieser... Ich... Jetzt geh doch mal da raus. Ich krieg... Diese Steuerung ist so scheiße. Das nervt mich ja noch am meisten. Das ist ein dummes Minispiel. Und dann macht es die Steuerung auch noch schwer. There we go. There we go. Jetzt erschreck mich nochmal. Doch, noch ein bisschen. Ich brauche keine Effekte. Deine Handlung reicht aus, um mir schlaflose Nächte zu bereichen. Ach komm, so schlimm. Das Spiel geht so. Es sind zwei, drei gute Jumpscares. Pour Pump Cleaner into the Embalming Pump to clean it. Was war nochmal der Embalming Pump? Da hinten das Ding, oder? Pump Cleaner. Das war... Ah, das war das rote Ding hier. Nee. Doch, hier. Warte. Ist das hier der Embalming Pump? Ja. Alright. Return Body to Cold Storage. Wir hatten schon lange kein Jumpscare mehr. Come on, Leute. Was ist los hier? Soll ich nichts mehr eingefallen, oder was? Komm. Ich mach auch die Tür zu. Und dann wieder auf. Wieder zu. Jumpscare mich. Soll ich die wieder rausfahren? Oder rein? Der kommt gleich. Die Tür ist öffnet. Die vier Seelen haben mir vorgelegt. Die Halle von Satan echoen mein Reder. Okay. I am here. Oh. War noch gut. Zähne wollte ich gerade sein. Und zwar. Okay. Ja, aber du musst trotzdem in den Kühlschrank zurück. Wo denn? Ah, da. Ah, das hat mir, glaube ich, so ein bisschen. Von der alten Demo. Also da, guck mal, wenn du Yoga kannst. Preise. How much? Was letzte Preis? Muss ich weggehen? Kann ich weggehen? Oh, ich kann mich nicht bewegen. Vielleicht ein Clipboard oder so. Ah, Clipboard hab ich noch. Achtung. Möchtest du mein Clipboard sehen? Jetzt kommt's. Achtung. Ich hab's geschafft. Wie lange haben wir gebraucht? Das Game wird Pflicht. Ich hab die vier Euro für Export. How much is this? Zu lange. Geiles Spiel. Viel geileres Gameplay. Danke. Also ich muss sagen, das ist ein riesen Schritt gewesen von der ersten Demo zur zweiten. Boss-Acting ist auch gut. War sehr geil aus für meine Ohren. War richtig nice. Wenn ich rauskomme, muss ich ein bisschen kommen. Ja klar, ich bin doch euer Horror-Experte. Alles vorbei ist. Ja, Leute, ist auch Viertel vor eins jetzt. Komm. Schrei. Nichts. Verläutern. Ich bin doch mal ein ganzer Schritt. Wir sind doch mal ein paar Jahre her. Ja, ich bin doch mal ein bisschenазывator. Wie lange das Band war. Was ist das?